Guten Tag, liebe Männer! Ich bin Natalia Pasterchowa, Partner Vermittlung Ukraine Natalia. Heute ist Weihnachten und ich halte meine kurze Rede, vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr, vielleicht doch nicht, wie Sie mich schon kennen. Und ich freue mich erst mal heute Ihnen allen frohe Weihnachten zu wünschen. Dieses Jahr war wirklich sehr interessant, sehr spannend, unglaublich für viele, viele Paare erfolgreich, trotz vieler Hindernisse, trotz dieser Ereignisse mit Corona und sowas. Ja, kaum zu glauben, das letzte Jahr haben wir so schön Weihnachten und Silvester gefeiert und dann war jetzt im Winter sowas los. Aber wir haben so viel gelernt in diesem Jahr, wir haben so viel verstanden, so viel Zeit hatten wir nachzudenken, was ist in diesem Jahr wichtiger, wie kann man, worauf soll man sich tatsächlich konzentrieren. Wir haben verstanden, was ist in meinem Leben tatsächlich Hauptsache und was ist nebensächlich. Wie kann ich diese Beziehung schätzen, welche Rolle spielt für mich auch diese Beziehung. Und viele haben gesagt, das ist wichtig. Und trotz Corona, trotz Hindernisse und Schwierigkeiten, will ich meine liebe Frau, Traumfrau finden. Und viele haben auch in diesem Jahr gestartet. Und wir hatten wirklich Herausforderungen, besondere Herausforderungen, alle andere als normal. Normalerweise fängt man an, man ist entspannt und sagt, fliege ich so dann, wann ich kann. Es ist mir egal, aber wissen Sie, man hat auch früher nicht so richtig diesen Kontakt geschätzt wie jetzt. Man hat, in diesem Jahr habe ich verstanden und beobachtet, wie viele Menschen tatsächlich diese Beziehung geschätzt haben und das Wichtige in dieser Beziehung erkannt haben. Man hat Qualität der Beziehung verbessert. Man hat nicht auf die Schnelligkeit geguckt, dass ja, heute nehme ich Kontakt, morgen fliege ich. Sondern man hat tatsächlich auf die Qualität der Beziehung geguckt und darauf hat man Wert gelegt und aufgebaut. Man hat gelernt, man muss in diesem Leben flexibel bleiben und offen bleiben. Und wo oft läuft in diesem Leben nicht alles nach dem Plan, wie man gedacht hat, Heute komme ich zur Partnervermittlung und in vier Wochen fliege ich. Diesmal war das bei vielen Paaren anders. Man ist zur Partnervermittlung gekommen und sagt, ich möchte Liebe finden. Ich bin offen und ich schaue, was wird morgen sein. Ich schaue, wann ich fliegen kann. Ich schaue, zu welcher Frau fliege ich. Das heißt, man hat versucht, sich an das Leben anzupassen. Und das ist auch richtig so. Nicht das Leben spielt nach unseren Regeln. Schön, wenn wir sehr flexibel, sensibel sind, Antennen aufbauen und mal schauen, was das Leben uns zelebriert. Und wenn wir so anpassungsfähig sind und sehr spontan und richtig diese Chancen erkennen und auf diese Chancen reagieren und sagen, pass mal auf, jetzt ist diese Lücke, da kann ich fliegen. Die Beziehung habe ich schon aufgebaut. Ich weiß, zu welcher Frau fliege ich. Ich weiß, welche Frau weiß. Wer wartet auf mich? Die Beziehung habe ich schon aufgebaut. Ich habe mich auf diese Beziehung konzentriert. Für viele war dieses Jahr sehr erfolgreich. Ich habe auch am Anfang des Jahres nicht gewusst, wie es wird, aber jetzt am Ende des Jahres weiß ich ganz genau, das war eine interessante Herausforderung. Wir haben sehr viel kennengelernt. Wir haben viel gelernt. Wir sind kluger, stärker und glücklicher, erfolgreicher geworden. Alle, auch einige, dank ihren Erfahrungen, sind auch schlauer geworden. Und ich würde sagen, das nächste Jahr wird nur besser sein. Nur besser sein. Die, die in diesem Jahr ihre Paare gefunden haben, viele Frauen sind zum Weihnachten zu den Männern angekommen, die in diesem Jahr bei uns ihre Frauen gefunden haben. Bei vielen sind Treffen jetzt erstmal geplant, bei vielen Anfang des Jahres. Die, die in diesem Jahr nicht gefunden haben, wünsche ich für das nächste Jahr, dass sie ihre Liebe finden. Die, die in diesem Jahr Paare gefunden haben, wünsche ich, dass aus diesen Paaren glückliche Ehen werden, dass diese Beziehung hält. Ich wünsche allen viel, viel Liebe und viel, viel Erfolg auf der Partnersuche. Ich gratuliere. Ich wünsche allen frohe Weihnachten. Ich freue mich sehr, dass wir sehr viel in diesem Jahr erreicht haben. Wir haben eine sehr schöne, angenehme Atmosphäre auf diesem Kanal aufgebaut. Und jetzt können Sie noch Überraschungen von unseren Frauen sehen. Sie haben von allen möglichen Ecken für euch Glückwünsche, Weihnachtsglückwünsche vorbereitet. Ich freue mich total auf die weiteren Unterhaltungen, weiteres Jahr und viele weitere Jahre, die wir sehr wahrscheinlich sehr schön, so harmonisch wie dieses Jahr gemeinsam verbringen. Vielen Dank allen für die Teilnahme auf diesem Kanal, für die Zeit, für die Kommentare. Das war sehr interessant und schön. Und wünsche ich allen Gesundheit. Bis auf das nächste Video. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Let it be the year of pleasant discoveries, new friends, unforgettable meetings. I wish you to find your soulmate. Be happy. Merry Christmas and Happy New Year. Hallo, ich heiße Viktoria. Heißlich Grüße aus Sainz-Petersburg. Weihnachten, das Fest Liebe steht vor der Tür. Alles Gute im neuen Jahr. Glück und Erfolg. Frohe Weihnachten. Ich wünsche dir ein Happy New Year. Und Merry Christmas. Ich wünsche dir Gesundheit und Frieden und New Year. Meet the woman of your dreams. Bye. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Hallo, liebe Prinz. Ich gratuliere dir und alle deiner Verwandten zu Weihnachten und Neujahr. Ich wünsche dir frohe und glückliche Weihnachtstage. Gesundheit, Zufriedenheit, Spaß und Erfolg und ganz viel Liebe. Ich wünsche schöne Weihnachten, zwei Tage und gemütliche Abende auf dem Kanzenschaden. Und ich weiß, dass mein Prinz rettet seine Prinzessin im nächsten Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bis bald. Tschüss. Hallo, mein Name ist Anna. Ich bin von Ukraine. Ich live in Kyiv. May all your days be merry and bright and your Christmas be white. Best wishes for Merry Christmas and Happy New Year. May this Christmas and the present year on a cheerful note at Maki for fresh and bright New Year. I am wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Hello. Merry Christmas and Happy New Year. Half love. S Новым годом. S новым счастьем. Hello. May the joy and peace of Christmas live in your heart all year long. I wish you a joy, love and happiness next year. From Kyiv, Alina. Liebe meine, guten Abend. Ich möchte Ihnen zu Weihnachten gratulieren. Mögen er jedem die gesetzte Erfüllung von Wünschen geben. Tschüss. Dinglerus. Jinglerus. 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 Merry Christmas. Happy New Year. Happy Merry Christmas. Merry Christmas. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG